Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast, denn heute schauen wir uns ein bisschen mal die Marktsituation an, denn aktuell herrscht da sehr viel FAD, grundsätzlich auch der Bitcoin unter 20.000 Dollar gefällt mir gar nicht. Das Q4, das aktuell vor der Tür steht, das Quartal 4, welches die letzten drei Monate jedes Jahres hier wirklich meistens noch sehr optimistisch aussehen lässt, weil dort meistens die Wirtschaftsleistung halt sehr oft stark ist, wird dieses Jahr auch ziemlich skeptisch betrachtet. Und neben mir seht ihr gerade so einen Zeitraffer logarithmisch hochgedrückt, was diese Kurse denn aktuell bedeuten, wie schlimm der Markt schon öfter korrigiert hatte und wie brutal klein diese Spikes bisher in der Vergangenheit aussehen, wenn man die aktuellen Kurse hernimmt. Und das sollte vor allem darstellen, dass wir hier noch in einem absolut normalen Zyklus drin sind. Wir gehen jetzt natürlich noch gleich auf die baldigen Ereignisse, wie heute die Zinsesentscheidung ein, Inflation werden wir ganz kurz besprechen, aber vor allem Mindset-technisch, warum eben diese Zyklen so bitterlichst schmerzhaft sind. Für das Portfolio, für einfach alles, was du in diesem gesamten Space machst, ist es einfach so bitter und ich kann es dir einfach nur versprechen, diese Zeit hier unten war meine größte Reuezeit, dass ich nicht nachgekauft habe. Das war Anfang 2019, wo wir wirklich den Bear Market Bottom drin hatten und es einfach so gewaltig günstig war, Bitcoin bei 3000 Dollar zu kaufen und keine zwei Jahre später verkaufst du ihn theoretisch für 60.000 Dollar. Und ich habe mich einfach nur diese gesamte Zeit geärgert, nicht viel mehr gekauft zu haben und zum Glück, das wird uns leider niemand garantieren, dass wir das wieder haben werden, war der Corona-Dump halt da und ich konnte noch unter 4000 Dollar ordentlich beim Bitcoin zuschlagen, wirklich nur zum Glück. Ich hatte damals wenig Exposure und war da eigentlich noch viel in Stablecoins drinnen und konnte hier wirklich zuschlagen. Und ich möchte auf jeden Fall dazu sagen, ich bin der Meinung, dass wir in Bodenterritoriumsnähe sind und das Ganze irgendwann ja mal aufhören muss. Wie weit wir noch fallen, das ist natürlich so eine Sache, aber ich glaube nicht mehr, dass wir so weit einen Weg nach unten haben. Auch das Kaufvolumen ist unglaublich riesengroß, leider auch das Abverkaufsvolumen, aber hier sehen wir tatsächlich, genauso wie in diesem Bodenbereich, Anfang des Bodens, genauso wie beim Corona-Dump, ein unglaubliches Volumen, das aktuell ebenfalls eintritt, so hoch wie es eigentlich beim Corona-Dump erst war mit den Käufen, leider auch die paar roten Candles mit drinnen, aber die Masse ist ja tatsächlich grün. Und gerade heute wird wieder entschieden, wird es höhere Zinsen geben. Dieses Wirtschaftliche hat mich beim Bitcoin eigentlich nie so wirklich interessiert, da aber der Bitcoin jetzt als Asset-Klasse schon relativ hoch gekommen ist, wird er auch von den institutionellen Anlegern einfach nach dem Weltmarkt als Risiko-Asset eingestuft. Und deshalb macht es auch Sinn, sich ein bisschen damit zu beschäftigen und ich will es auch wirklich nur so oberflächlich wie nötig ankratzen. Der Markt hat aktuell diese 0,75% der Zinserhöhung ziemlich gut eingepreist, also wir sind dementsprechend gefallen und sollten wir heute 75 Punkte hören, 75 Basispunkte, dann passt alles, dann denkt sich der Markt, okay, es ist nicht schlimmer als erwartet und das könnte einfach mal einen kleinen Aufschwung bringen. Und sollten wir tatsächlich 100 Basispunkte hören, wäre es eine absolute Vollkatastrophe, alles darüber natürlich auch. Wird halt wichtig sein, was wir dann bei den Inflationszahlen sehen, weil wie viele schon von euch gehört haben, ist diese Core-Inflation, was jetzt ohne Energie und Essen ist, auch höher geworden, obwohl wir ja irgendwie nach unten gehen wollten. Und das ist in circa drei Wochen so, dass wir da die nächsten Zahlen haben, was wieder richtig, richtig schlecht wird. Also sollten wir heute über 75 Basispunkte hören, sehr, sehr schlecht oder generelle Inflation haben, wäre es ebenfalls sehr, sehr, sehr schlecht, weil die Leute irgendwie rausgehen und ihr Geld brauchen und nicht so in Risiko-Assets drin haben wollen. Was grundsätzlich immer positiv ist und ich kann da wirklich nur aus dem letzten Bärenmarkt reden, die Leute haben da wirklich Sachen erfunden, warum es ein Bitcoin-neues All-Time-High schreiben sollte und es ging runter, 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 bis wir eben so bei 2800 Dollar, glaube ich, war das Bottom, angekommen sind. Und die guten News, diese bombastischen News, die sind alle so verpufft. Allerdings haben sie sich halt im Fundament und im Value des Bitcoins festgesetzt. Und wenn ich halt sowas wieder höre, dass die Nasdaq eine Digital Asset Unit jetzt anbietet für Bitcoin und Ethereum, um sie investitionellen Investoren jetzt grundsätzlich zugänglicher zu machen und Co., das ist ein definitives Signal, dass ein Gateway für große Institutionen reinkommt, auch wenn diese abverkaufen sollten oder was auch immer, sieht gut aus. Auch Robert Kiyosaki, den Typen kennt man, glaube ich, ziemlich fame geworden wegen seinem Buch. Rich Dad, Poor Dad, guter Investor auch. Der ist ebenfalls Bitcoin-Fan und sagt auch den Leuten, steckt eure Dollars, euer Fiat-Zeug in echtes Geld rein. Invest in Real Money, Gold, Silver und Bitcoin. Weil tatsächlich ist es ja so, mit deinen Dollarn machst du ja schon zu 100% eine Wette auf 8% Minus oder wenn wir in Europa sind, wahrscheinlich sogar 9% Inflationsminus. Und was wirklich teurer geworden ist, diese wahrscheinlich schon über 20% Inflation, die ist halt fix, die hast du fix. Und wenn jetzt der Bitcoin nochmal abschmiert um 50% und danach 200, 300, 400% pumpt, glaube ich einfach auch aus dem jetzigen Zeitpunkt und jetzigen Standpunkt heraus, dass ich in einem Jahr mit dem Bitcoin eine bessere Entscheidung getroffen habe, als jetzt mit dem Euro. Vielleicht ist der Dollar besser, vielleicht wird der Schweizer Franken besser, das wissen wir nicht. Apropos dazu, natürlich, es gibt noch das Moneter-Gewinnspiel, könnt ihr im Link in der Videobeschreibung teilnehmen, in 1.000 Moneters gibt es da so, circa 1.000 Dollar werden da pro Person wieder gewonnen und 100 Personen gewinnen, also ein riesengroßes Giveaway. Und beim letzten Gewinnspiel, wo 100 Personen gewonnen haben, waren aus unserer Community inklusive mir 5 Personen dabei, die jetzt einen Pot von knappen 7.000 Dollar pro Person gewonnen haben. Das Ganze ist von Greasyfy, weil die gerade ihre Projekte launchen. Da würde ich auf jeden Fall mitmachen, wenn du dann schon im Produkt von DCHF, also vom Schweizer Franken-Stablecoin, drinnen bist, macht das, glaube ich, auch ein bisschen was her und könnte einfach ein kleiner Bonus sein. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Und dieses echte Geld, wie er jetzt Gold, Silber oder Bitcoin nennt, auch Gold ist leider abgeschmiert, muss man einfach sagen, die ganze Wirtschaft zieht runter und Bitcoin ist halt eigentlich immer ohne Wirtschaftsbezug gewesen. Einfach rauf und runter, wie ein Gestörter, lange unten geblieben und wieder komplett hochgepusht. Und weil das im Bärenmarkt so, so schmerzhaft ist, habe ich einfach mal zur Verständlichkeit hier dieses Beispiel genommen, wo 2015 und 2018 so der Bitcoin ausgebottomt ist und rein nach den Tagen her, wenn man so zwischen 500 und 550 Tagen rechnet und seien es mal 600 Tage, dann müsste im Q4 dieses Jahres, ist es nämlich 500 Tage nach dem Halving, ein mögliches Zeichen, dass der Bottom jetzt passieren könnte. Wenn wir den Bottom bei 10.000 Dollar sehen, dann sehen wir ihn halt bei 10.000 Dollar. Wenn wir ihn bei 15.000 sehen, dann bei 15.000 kann, wenn er das jetzt mit 17.800 schon war, dann dürfen wir uns freuen, weil es ja vielleicht nicht mehr schlimmer wird. Absolut für möglich halte ich natürlich auch eine sehr, sehr lange Seitwärtsbewegung rund um diesen Bottom, wie es einfach 2018, 2019 passiert ist, dass wir einfach nur knappe 20, 30% über den Bottom getradet hatten und das für mehrere Monate. Und vielleicht wird uns das jetzt wieder passieren in diesen Preisregionen, Seitwärtsmovement, noch ein paar Crashes, aber das Bottom dieses Q4 wäre natürlich mega, mega angenehm. Und verdeutlicht euch das eben noch einmal, was eben diese Zeitraffer-Situation für euch heißt. Das eine hier ist logarithmisch aufgezogen und das andere ist eben wirklich, wie der Preis von den Pumps ja jetzt im Chart aussieht, wenn du es in diesen langen Zyklen betrachtest. Also ich war hier mit drinnen, also ich war bei diesem Punkt schon mit im Bitcoin und dachte mir, ja niemals wird diese unglaublich große Candle und dieses Mega Peak jemals übertroffen werden oder klein aussehen. Mittlerweile sieht es gegen den letzten Bullrun schon ziemlich mickig aus. Dementsprechend denke ich auch, dass es absolut problemlos möglich ist, hier wirklich auf die 100k, 200k, 300k zu gehen. Wenn er auf eine Million geht, das hat mich letztens ein Kollege wieder gefragt, glaubst du, wird Bitcoin wirklich auf eine Million gehen? Bist du so ein Mensch, der sagt, Bitcoin wird auf eine Million gehen? Und ich sage wirklich glasklar auf jeden Fall und ich meine damit nicht, dass die Million, die der Bitcoin wert ist, dieselbe Kaufkraft hat wie heute eine Million. Ich möchte damit eigentlich nur sagen, dass Euro, Dollar und so so weit sinken könnten, dass einfach der Bitcoin sich bei der Kaufkraft von vielleicht 20.000 Dollar hält, aber die Million, die er wert ist, dann einfach wirklich auch nur dieselbe Kaufkraft hat wie heute, 20.000 Dollar. Kann genauso sein und das ist auch so meine Spekulation. Bevor ich wirklich dann eine Million Euro haben muss, habe ich wirklich ein paar Bitcoins, die mir diesen Wert auch international garantieren, andere Währungsräume und an den Wert, wo sich eben der Bitcoin am stärksten misst und das ist halt der US-Dollar, da haben wir mit dem Euro eigentlich schon relative Probleme gehabt und bin froh, in Bitcoin zu sein. Der hat zumindest gegen den Dollar nicht so stark verloren hat wie gegen den Euro. Dort sind es ja noch 20% mehr wegen des Währungsverlustes. Wenn ich dann international einfach sehr viele Probleme sehe im ganzen Währungsraum und Bitcoin einfach sogar in Krisenzeiten von Russland akzeptiert wird für den Ölkauf, andere Länder den schon implementieren, dann passt das für mich. Dann bin ich da absolut d'accord mit diesen ganzen Happenings, mit den ganzen Dumps und Co. Und das ist auf jeden Fall ein guter Teil. Was jetzt zu einem wirklichen Wig führen könnte und der HOSP hat das auch dann auf Twitter gepostet und sämtliche News Channels waren voll. Diese dicke Transaktion, wo 216.000 Bitcoins an eine Exchange geflossen sind, vielleicht für einen Dump, also Corona-Dump, wir sehen es hier nochmal. Puh, das sieht hier schon absolut möglich aus, dass hier mal Geld liquidiert wird und das wirklich noch mal so ein Wig von 50% gibt. Und für mich steht ganz klar fest, dann setze ich dicke Longs, dann kann man wirklich mit Spaß und Hebel reingehen und ja, bis dahin heißt es noch abzuwarten. Ich baue mittlerweile selber schon Longs auf mit Liquidierungen unter den 10.000 Dollar. Also das sollte absolut möglich sein. Hier dieses Dilemma dann zu überleben, diesen Kurs Dump. Ich wollte einfach wie gesagt nochmal sagen, okay, jetzt könnte es vielleicht nochmal eklig werden wegen den Fed, wegen den Zinsen, wegen der gesamten Weltwirtschaft. Warum auch immer das so stark auf Bitcoin zutrifft, ist natürlich sehr schade, aber ich denke auf jeden Fall, dass wir im Bereich des Bodens sind. Und es kann irgendwie so vom Gefühl her nicht mehr recht tiefer gehen. Und diese ganze Angst, diese ganze Fahrt und Co., die kaufe ich einfach auf, das nehme ich mir ins Portfolio mit, weil das, was wir jetzt hier sehen oder wenn wir noch einen Crash sehen von 30 bis 50%, dann kannst du dir aber sicher sein, dass das dann das Blut auf den Straßen ist, wenn wirklich viele Leute mega, mega abverkaufen, dick im Minus abverkaufen und Leute, die halt jetzt wie verrückt schon Bitcoin akkumulieren, wenn sogar die dann nochmal verkaufen, weil die Walletanzahlen mit einem Bitcoin und Co., die steigen ja permanent, das ist super, der Dip wird gekauft, heißt entweder wir sehen hier, dass viele Leute schlau sind und den Boden kaufen oder sogar die werden noch im Minus verkaufen. Ist für mich aber ebenfalls ein guter, bullischer Indikator, dass wir einfach viele Wallets haben, die einen BTC schon akkumuliert haben und das auch weiterhin gemacht. Wenn du noch nicht beim Palmshop Lounge mitgemacht hast, die haben jetzt gerade einen Fair Lounge, wo sie die Gelder einsammeln und mit einem 2x wird am 23. dein Investment dann Stück für Stück freigeschaltet. Du könntest theoretisch am ersten Tag 50% deines Investes sogar wieder raus haben und noch einige Tokens beiseite, was auch meine Strategie ist und gerne kannst du natürlich auch das Video hier sehen, hier müsste es verlinkt sein. Ist auf jeden Fall sehr spannend, dann im Bärenmarkt Gains zu machen mit Altcoins noch dazu. Dementsprechend, das wollte ich noch gesagt haben, ich wünsche euch immer Happy Gains mit dem Bitcoin. Lasst uns einfach hoffen, dass wir dieses Blutbad gut nutzen können, wenn es denn passiert und damit wünsche ich Happy Gains mit dem Bitcoin und Co. Wir sehen, wir hören uns. Ciao.